Ein besonders hohes Unfallrisiko besteht bei Kurvenfahrten. ESP ist in der Lage, den Fahrer hier effektiver zu unterstützen als jedes andere System. Beim Übersteuern neigt das Heck eines Fahrzeugs zum Ausbrechen, das heißt die Drehung um die Fahrzeughochachse ist zu schnell. Das Schattenbild zeigt den idealen Kurvenverlauf entsprechend dem vom Fahrer vorgegebenen Lenkeinschlag. Durch einen gezielten Bremseingriff am kurvenäußeren Vorderrad erzeugt ESP eine Kraft, die der Gierbewegung entgegenwirkt. In der Zeitlupe sehen Sie noch einmal, wie das Fahrzeug durch die ESP-Regelung wieder in die gewünschte Spur zurückgedreht wird. Untertitelung des ZDF, 2020